Du machst einen Dye Cream? Ich mache einen Dye Cream. Den Aurum Lieblings Dye Cream? Dazu muss ich jetzt noch einen nennen. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Neuenbacher ganz weit vorne. Oder? Ja, finde ich auch. Das ist nämlich genau die Nummer, wo ich immer gesagt habe, das ist prinzipiell geschmacklich schon korrekt. Aber das Problem ist, dass der mir einfach durchkommt. Und das funktioniert perfekt. Sehr gut. Da haben Leute zu kommen. Machst du irgendwas mit rein oder ganz normal? Ne, ich mach den ganz normal. Lime Cordial. Das wird funktionieren. Finde ich mal. Oh, ich auch. Schöne Note von dem Kornli. Ja? Sehr schön. Ja. Sehr schön. Ich wollte aber nur den Limettensaft ein bisschen stets etwas unterstützen. Stets. Stets. Ähm. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.